Herzlich willkommen beim Falkenburger Natursteinhandel, dem Spezialisten, wenn es um exklusive Natursteinarbeiten für Haus, Garten und Friedhof geht. Mühelos sorgen wir für Eleganz in Ihren Wohnräumen mit Arbeitsplatten, Fensterbänken und Waschtischen aus Marmor, Schiefer und Granit. Auch im Außenbereich wirkt Naturstein sehr edel, besonders bei Treppen am Hauseingang. Profitieren Sie dabei von unserer langjährigen Erfahrung. Für Trauerfälle verfügen wir über eine Vielzahl von Gedenksteinen. Auf über 2000 Quadratmetern finden Sie bei uns garantiert ein passendes Exemplar. Lassen Sie sich also unverbindlich von uns beraten, denn dank eigener Herstellung garantieren wir Ihnen jederzeit höchste Qualität zu fairen Preisen.